So Leute, ich heiße euch damit herzlichst Willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört, ich bin immer noch krank, vielleicht ist es in mich hier auch gerade direkt danach aufgenommen nach der gestrigen Folge. Dadurch, dass wir heute warten müssen, bis dort unser Weizen gewachsen ist, weil wir dann erst den 30er Inchanter machen können, würde ich sagen, dass wir heute erstmal da unten unsere kleine neue automatische Farm ein bisschen ausbauen und schöner bauen und ich danach hoffentlich das Weizen abflippen kann, wenn wir damit fertig sind und den 30er Inchanter craften kann. Das Ding ist irgendwie, also ich bin relativ selten krank, jetzt zum zweiten Mal in den letzten drei Monaten so gefühlt, weil meine Freundin hat einen kleinen Bruder und der ist relativ oft krank und ich glaube da stecke ich mich an oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall irgendwie, krank sein ist so richtig komisch bei mir, ich weine gefühlt mehr, als er aus meiner Nase oder aus meinem Hals rauskommt. Also meine Augen tränen ununterbrochen, mein halbes Gesicht ist manchmal nass, Alter, so richtig blech, weil ich einfach so soll Träne aus den Augen und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist so komisch und das ist genauso, Alter, krank sein, so ekelhaft, wenn du früh aufstehst, du fühlst dich einfach, als wärst du zuletzt noch dreimal gestorben. Also wirklich jetzt, das ist ja manchmal so widerlich, ich, nee, das stört mich richtig. So Leute, ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen Zuckerrohr gesetzt und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass ich noch über 40 Stück in meinem Inventar habe. Daraus werde ich jetzt gleich mal Seiten machen, also Bücherseiten und diese Seiten werde ich dann direkt zu Büchern craften. Ja, es sind gerade erst 13 Bücher, also die reichen definitiv noch nicht. Da brauche ich auch keine Bücherregale craften oder so. So, so sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ich glaube, hier ziehe ich einfach nur ganz normale Wände rein und hier könnte dann theoretisch der Gang losgehen in sozusagen den nächsten Raum oder sowas. Bisher könnte man hier so durchlaufen und hätte halt hier dann immer die automatische Farm und hier wäre dann im Prinzip so das Ende in Anführungszeichen. Das Ding ist, Leute, ich überlege, ob ich einfach noch einen Werfer mache und den hier hinsetze und dann einen Trichter da ran und da nochmal zwei, drei Hühner drauf, weil dann schießen die Hühner hier rein. Heißt, hier werden mehr Hühner gemacht und dadurch, dass die Hühner dann mehr machen, wird hier auch mehr gemacht. Heißt, es wäre eine unendliche Mehrmach-Farm in Anführungszeichen. Weil ich glaube, irgendwann sterben die Hühner auf einem Block, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber da kann man ja noch drüber nachdenken. Also noch ist hier nichts drin. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das so richtig funktioniert, ich hoffe. Aber mal sehen. Ich werde hier das Hühnchen hoffentlich irgendwann brennen hören, wenn es dann ausgewachsen ist. Leute, ich baue hier jetzt mal so eine, ich sag mal, kaputte, in Anführungszeichen, Wand hin. Die so ein bisschen nach, naja, zerbröckeltem Stein aussieht oder sowas. Weil ich gerade nicht mehr diese hier, die Steinziegel habe und auch keine Kohle, um noch mehr Steinziegel zu machen. Ist alles ein bisschen, ähm, bisschen rar. Ich muss gucken, vielleicht überlege ich mir hierfür noch was. Weil das hier gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig. Vielleicht können wir da irgendwas anderes bauen. Vielleicht so oder so, aber keine Ahnung. Genau habe ich es selber noch nicht so richtig planen. Und hier kommt auf jeden Fall Holzboden rein. Am liebsten würde ich Schwarzeiche nehmen, aber Schwarzeiche habe ich gerade keins hier unten. Und da ist das erste gestorben. Und auch das erste rohe Hühnchen ist drin. Aber warum, warum ist es nicht richtig gebrannt und dann gestorben? Ne, hä, stopp, 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 das ist einfach so gerade verreckt, weil das rohe Hühnchen habe ich da vorne reingeschmissen, oder? Ich brauche echt Diatols und verzaubertes Zeug und, oh. Das ist echt keine, keine Situation, die ich lange so beibehalten will. So, jetzt muss ich hier noch die Decke machen. Und danach ist dieser Raum eigentlich an sich fertig. Und dann müssten wir auch genug haben, um endlich den 30er Enchant dazu machen zu können. Und Leute, ich möchte nochmal sagen, dass es mich sehr interessieren würde, wie ihr den Raum findet. Oder was ihr davon haltet. Ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Weil ich kenne ja die neuen Blöcke alle noch nicht so gut hin- und auswendig. Und falls ihr sagt, ja, der und der Block versucht das und das mal, dann interessiert mich das wirklich. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr da Ideen zu habt. So, so würde ich das mal lassen. Hier kann man später Glowstone oder so hin- tun, wenn ich dann den Stuff hab. Und dann hätten wir diese automatische Hühnerfarm ausgebaut. Muss ich sagen, ist mir auch so ein bisschen zu viel von den Texturen, aber ich hatte halt diese Blöcke nicht mehr. Deswegen musste ich jetzt mit so viel Texturen arbeiten. Nur der Raum hier oben, der gefällt mir wirklich so. Der sieht echt gut aus, muss ich sagen. Der ist mir richtig schön gelungen. Dann haben wir hier unsere Hühner und alles passt. Bisher hat die Form noch nichts gebracht, da sind aber zwei Mini-Hühner. Mal gucken, ich werde später auf jeden Fall nochmal runterkommen und mir das angucken. Aber erstmal geht es jetzt hoch zum Zuckerrohr, um zu gucken, wie es mit dem Zuckerrohr aussieht. Das Ding ist, Leute, da unten, als ich jetzt gerade gebaut habe, habe ich halt so nahezu gar nicht geredet. Es tut mir leid, aber keine Ahnung, ich finde so jeden Bauschritt mitzukommentieren ist auch so ein bisschen sinnlos. Da zeige ich euch lieber die Fortschritte, wenn ich fertig bin. Und dann ist gut so. Aber hätte ich euch jetzt gesagt, ja, ich mache das, das und so und so, könnt ihr mir ja gerne schreiben, wenn ihr das cooler fänden würdet. Aber keine Ahnung, ich würde es nicht so cool finden. So, und wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt hier wirklich genug Zuckerrohr raus, dass wir nämlich richtig geil einfach den Enchanter machen können, endlich. Nach, ich glaube, zehn Folgen, vor zehn Folgen, in der zehnten oder elften Folge, habe ich das erstmal gesagt, jo, dann schaffen wir heute vielleicht den Enchanter. Dabei hat es doch immer noch ewig gedauert, so. Aber heute sieht es echt bisher am realistischsten aus, dass wir ihn endlich fertig bekommen. Und ich muss mir auch unbedingt hier noch was einfallen lassen, weil das Wasser immer gefriert. Das kann man ja aber alles später holen mit Glowstone und so, wenn ich dann im Enchanter bin. Und bisher, Leute, ich würde sagen, das werden wir uns dann wahrscheinlich als nächstes vornehmen, den Garten hier schön zu bauen. Das sieht halt alles ein bisschen doof aus, weil da ist ja die maximale Bauhöhe. Aber ich denke mal, wenn man das alles aussieht halt hier und so, dann sieht das schon ganz gut aus. Mal gucken. Und wir müssen auch unbedingt dann noch eine ordentliche Brücke bauen und so. Ne, ist ja alles klar, aber das kommt dann später. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Reicht es oder reicht es nicht? Aber bisher sieht es ganz gut aus. Es sind genau 45. 61 Bücher. 20 Bücherregale. Seit wie vielen Folgen? Seit wie vielen Folgen strebe ich da drauf? Endlich diese 20 Bücherregale in der Hand zu haben. Also jetzt mal wirklich. Wie lange hat das bitte gedauert? Und jetzt muss ich direkt mal den Enchanter abbauen. Ich muss jetzt erstmal, sobald wir den Enchanter haben, Minen gehen. Meinen gehen. Damit wir wieder genug Stuff haben, weil gerade habe ich nahezu gar nichts. Ja, Level 30. Da steht der 30er Enchanter. Wie lange haben wir dafür nur gebraucht? Wie lange haben wir dafür gebraucht? Endlich vor diesem Enchanter zu stehen. Es ist ein Bild für die Götter. Endlich. Nach wahrscheinlich 20 Folgen haben wir endlich den 30er Enchanter fertig. Und können jetzt uns wirklich voll und ganz darauf konzentrieren, uns zu equippen. Und ordentliche Werkzeuge, Tools, Schwerter, alles machen. Und damit lege ich jetzt direkt los. Die Frage ist, wollen wir zuerst Rüstung oder zuerst Tools machen? Ich würde sagen, wir machen erstmal Rüstung auf jeden Fall. Also eine Brust habe ich noch. Hose und Boots erstmal. Helm noch nicht, aber eine Brust habe ich ja hier noch. Und ich habe exakt 29 Level. Vielleicht kriegen wir da aus unserem Skelett, was hier gerade ist, die 30. Kriegen wir die 30? Komm. Mist. Aber hier ist noch irgendwo was. Ach, die spawnen alle da oben auf dem Dach. Na komm her, Skelett. Komm. Und jetzt erzaft uns, fehlt ein Millibalken für die 30. Vielleicht ist ja hier in den Öfen noch irgendwas. So Jungs, ich brate jetzt etwas in der Zeit. Kann ich direkt mal gucken, was unser erstes 30er Enchanter wäre. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3. Hilfe. Dornen 1. Dornen 1 auf Stufe 30. Schutz 3. Schutz 3 auf den Boots wäre bisher das Beste eigentlich. Was bekommen wir auf einem Buch? Das kann ich nochmal gucken. Auch Schutz 3. Ich glaube, ich gehe mit Schutz 3 auf die Boots erstmal. Und komm. Komm. Ey, Mann. Das Game prankt mich einfach. Komm. Guckt euch mal meine Leiste an, bitte. 29 Level. Und bam. Die erste Level 30. Level 30er Stufe. Und das erste Enchantment auf Level 30, wo wir so lange drauf hingearbeitet haben. Schutz 3 und Federfall 4. Schutz 3 und Federfall 4. Abfahrt. Federfall 4. Einfach Federfall 4. Let's go. Das ist sehr gut. Das ist super, super gut. Das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Das wir jetzt wirklich den 30er Enchantment haben, schon auf 30, aus Level 30 verzaubert haben. Das freut mich richtig. Was wir auf jeden Fall direkt, auch wenn wir Minen sind und Zolen, wird sein, dass wir Obsidian besorgen. Weil man kann ja über den Neta, über den Neta, kann man ja traveln. Heißt, wir könnten über den Neta so leicht von Punkt A nach Punkt B kommen, was eigentlich in der Oberwelt hier über 1000 Blöcke sind, können wir easy innerhalb von 3 Blöcken über den Neta machen. Was natürlich mega gut ist. Und dann steht eigentlich nichts mehr darüber im Wege, dass wir irgendwie nochmal hier von unserem Wir-haben-alles-Status runterfallen. Also ab jetzt, ab jetzt geht's richtig los, Alter. Ab jetzt wird wirklich richtig reingehastet, Alter. Ich hab so Bock auf dieses Projekt jetzt. Und ich bin einfach krank. Und mir geht's richtig übel eigentlich. Aber grad fühl ich einfach, Alter. Ich hab grad so Bock drauf jetzt. Wirklich. Jetzt geht's erst richtig los. Und Leute, ich hoffe, euch hat das kleine, verrückte, kränkliche Video gefallen mit so vielen verschiedenen Dingen, die wir gemacht haben. Trotzdem hoffe ich, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder, wenn es wieder heißt, dass das Let's Play kommt. Und ja, bis dann und ciao.